Tja, naja, wenn ich Sie mal so betrachte, vielleicht sollten Sie auch mal über eine Ernährungsumstellung nachdenken. Ernährungsumstellung? Das habe ich schon gemacht. Ich habe jetzt jeden Früh meine Kiste Bier gleich in die Stube reingeholt, damit ich nicht noch ein paar Mal rausrennen muss. Ich habe schon umgestellt, also ich weiß nicht, was Sie meinen. Vielen Dank.